Ich brauche mehr Leute, die hier helfen. Oh nein, diese Festung nimmst du nicht ein. Das war mal ne Festung. Sehr gut. Oh, er hat noch 5 Generelli übrig gehabt, ey. Du mieser Wichser. Das war schon krass. Jagdhaus. Hätte ich diesen blöden Fehler nicht gemacht. Ich hab halt die ganze Zeit Werkzeuge hergestellt. Ich hab mich echt gewundert, warum der so gut arbeitet, der Schlosser. Also, aber ich hab mir nichts beigedacht. Ich hab einfach gedacht, hey, ich produziere so viel. Das ist einfach super. Aber ne. Nee. Ja. Das passiert. Diese Holzfelder... Nee, der hat jetzt... Garten... Festung... Brett... Ah. Jagdhaus hat keine... Links mehr. Ach, du musst schon noch arbeiten. Ach, ich hab keine Schaufeln mehr. Wie schnell die Schaufeln immer drauf gehen. Das ist nicht schön sowas. Gerade die Schaufeln? Gerade die Schaufeln. Aber meine Ferster sind alle besetzt, das ist gut. Und... So muss das sein. Niemand ist in meiner zweiten Festung. Das ist hart. Und... Der ist schon wieder angegriffen. Mit zwei Gnarrieren und ich hab ne Riffreite... Oh, ich hab kein Bock mehr. Das geht ja gar nicht. Reiß alles ab. Reiß alles ab. Wie gesagt, du musst dich zurückziehen. Und... Dich neu koordinieren. Ich werde übrigens angegriffen. Ich glaube, ich geh auch gleich pennen. Äh... Ja. Man merkt, dass die schwer sind. Ja. Die sind auf jeden Fall wesentlich aggressiver. Ja. Aber ich hab aber... Auch... Einfach dumme Fehler gemacht. Also ich weiß ja, dass ich halt keine Produktion hatte. Ist halt total dumm. Einfach. So kann man das sagen. Ah! Das sieht aber auch immer schlecht aus. Ich hatte hier anscheinend doch... Ja, okay. Doch. Das schaffe ich. Ich schaffe es vielleicht auch hier. Wenn der General gegen den gewinnt. Das sieht gerade nicht so gut aus. Blockt ab. Blockt auch ab. Und er ist tot. Scheiße. Oh, oh, oh. Jetzt muss der General gegen zwei andere Generäle kämpfen. Und mein Wachtturm ist leer. Ja. Okay. Der hat nur noch einen Schlag. Und wie viel hat er noch? Ich hoffe nicht mehr so viel. Oh, oh. Oh, oh. Noch ein Lebenspunkt. Und... Trifft er ihn nochmal? Ja. Oh, oh. Oh! Oh! Nein! Er hat ihn dreimal getroffen, bevor er abgekratzt ist. Den Gegner. Naja. Der Wachtturm ist jetzt auch weg. Jetzt bleibt nur noch dieser Wachtturm. Der ist nicht schön. Der muss sich wohl recht schnell angreifen. Ach, hier kann ich auch noch einen Soldaten auslagern. Das bringt auch nicht so viel. Wie lange ich diese... Wie lange ich das hier unten halte, ey. Er hätte schon zwei Angriffe quasi gewonnen. Aber ich habe eigentlich nur wirklich die Militärgebäude verloren. Diese Katapulte stehen da noch. Ich habe noch voll viel Gebiet hier. Warum kann ich jetzt hier eigentlich nur noch einen Wachtturm bauen? Doof. Aber ich glaube, der Wachtturm ist auch zu weit weg für meine Katapulte. Ach, doof. Wer baut da einen Katapult? Der hat angriffen schon wieder am Wachtturm. Oh, nicht gut. Nicht gut. Ah doch. Ah, er greift an. Das ist schön. Mein Katapult greift an. Ich hoffe mal, dass ich ihn so ein bisschen seine Armee dezimieren kann. Mit meinen Katapulten. Ja. Kein Rohstoff. Steinbruch. Ja. Du musst halt ein bisschen warten. Hast doch hier. Der Förster arbeitet doch. Komm, du Brauerei. Arbeite schneller. Obere Freitag. Es ist nichts mit dir. Ja. Wäre auch nicht schlecht, wenn wir bald aufhören, glaube ich. Ja. Ja. Ja, Alter. Der hat gerade alles abgehalten. Aber es ist doch gerade... das ist schon da raus fertig geworden. Ich will voll die Warenstaus, Alter. Ist doch nicht cool. Was? Und der letzte Gefreit hat noch umgebracht. Uff. Okay. So, lass aufhören. Okay. Na ja, dann spreche. Ich habe hier noch überall Wege gebaut, weil ich einfach zu krass... Gebiet verloren. Okay. 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 Spend. Speichern. Speichern. Buh, bäh, bäh. Okay. Und... Enden. Stop Streaming. Achso, ja. So, dann... Und da...